Los geht's mit unserem Weihnachtskonzert. Musik Wir gehen zur Zeit. Wir gehen zur Zeit. Aber es ist ein Rhythmus. Ich singe es leider. Ey! Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Hall. Oh, was mein Liebings zu einer? Und eine Pause auf den Schicks. Ey! Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Hall. Oh, was mein Liebings zu einer? Und eine Pause auf den Schicks. Hey! Sehr schön, habt ihr euch warm geklatscht. Vielen Dank. So, und jetzt würde ich für die Kinder vor allem die Weihnachtsbäckerei singen und auch meinen Sohn kurz holen, der wollte mitsingen. Und Simone, du darfst schon mal rüberkommen. So, ich hoffe ihr kennt alle die Weihnachtsbäckerei, die singen wir gleich alle zusammen. In der Weihnachtsbäckerei gibt's so manche Leckerei, zwischen Mehl und Mehl macht so mancher Glück eine riesengroße Leckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei, wo ist das Rezept geblieben? Von den Schätzchen, die wir lieben, wer hat das Rezept verschleppt? Ich nicht. Na, dann müssen wir es packen, einfach eine Schnauze packen, schmeißt den Proben an und dran. In der Weihnachtsbäckerei gibt's so manche Leckerei, zwischen Mehl und Mehl macht so mancher Glück eine riesengroße Leckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei brauchen wir nicht Schokolade, Honig, Nüsse und Zucker und ein bisschen Zimt. Das stimmt! Genau! Butter, Mehl und Milch verrühren, zwischendurch einmal probieren und dann kommt das Ei vorbei! In der Weihnachtsbäckerei gibt's so manche Leckerei, zwischen Mehl und Mehl macht so mancher Glück eine riesengroße Leckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei, bitte mal zur Seite treten, denn wir brauchen Blas zum Kneten. Sind die Singereien, du Schwein, sind die Plätzchen, die wir stechen, erst mal auf den Ofenblechen, warten wir gespannt, mhm, verbrannt. In der Weihnachtsbäckerei gibt's so manche Leckerei, Die Schnee und Milch brach, so ein Kirt ist eine riesengroße Leckerei, in der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. So, es geht weiter, und zwar mit einer wunderschönen Arien aus der Oper Karne. Das ist die Fetz-Sofran-Azie, Schlechtkind, und die hört ihr heute von mir. Und ich bräuchte den gesamten Chor, der seid ihr. Den Chor hält euch ein bisschen. Und wie ich es nicht mauvais vorgelegen würde? Rose Form hat eine Wunderschöne im Gefühl von Den Töckchen knick knick knick, den Fägechen knick knick knick, einmal hin, einmal hin, doch es ist nicht mehr. Den Töckchen knick knick knick, den Fägechen knick knick, einmal hin, einmal hin, doch es ist nicht mehr. Weiß, hast du wunderbar, weiß ich nicht genau, zieh mir nur die Känze an, wie den Töckchen retten kann. Mit den Hüchen tapptapptappt, mit den Händchen plapptappt, einmal hin, einmal hin, doch es ist nicht mehr. Mit den Hüchen tapptappt, mit den Händchen plapptappt, einmal hin, einmal hin, doch es ist nicht mehr. Ja, und das machen wir jetzt gleich nochmal zusammen, mit dem Köppchen knick 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 und mit dem Fingerchen knick knick, mit dem Fingerchen knick knick. Mit dem Köppchen knick 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 knick, einmal hin, doch es ist nicht mehr. Es ist nicht mehr, mit dem Händchen weg, 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 mit dem Seer getötete, einmal hilf, einmal hilf, so was es nicht stirbt. Einmal hilf, einmal hilf, so was es nicht stirbt. Ja, schön, dass ihr so schön mitmacht. Jetzt darf Simone schon noch die Habanera singen, ne? Das ist ja die Aria, überhaupt, die kennt jeder und wir singen den Chor. Kommst du wieder rüber, Simone? Oder bist du da drüben bleiben? Also, viel Spaß, Simone, bei Parmen's Habanera. Ah, abgeschnitten, haha. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 So, jetzt kommt was ganz schönes, jetzt klitschen wir wieder zurück zu Hänsel und Gretel und da gibt es ein wunderschönes Flouette daraus von Hänsel und Gretel und das ist der Abendslegen. So, dazu braucht man eine Kollegin hier, Nicole. Also ich finde, Simone hat das wunderschön gesungen, ich glaube, sie hat ja nicht mal das Mikrofon gebraucht. Aber ihr könnt uns gerne E-Mails schreiben auf singenverbindet.eu und uns sagen, was euch gefahren hat oder was nicht oder eure Liedwünsche habt zum nächsten Advent. Also erstmal einen schönen dritten Advent und am vierten Advent gibt es noch ein Konzert und dann machen wir erstmal Weihnachtspause. So, genau, der Abend, Segen, Authenten und Gretel. Viel Spaß mit Engelbert von Unterdingen. Ja, das dauert einen Moment immer, weil ich habe einige Begleitungen auf YouTube gefunden. Die müssen, die darf ich nehmen, manche weiß ich nicht, ob ich die nehmen darf, aber ja, nächste Woche gibt es noch ein Konzertzieren. So, und meine Begleitungen sind auf YouTube auch wirklich verbindet. Kann man die sich auch anhören und zu Hause ein bisschen Opern-Karaoke machen, wenn ihr Lust habt. Und jetzt mit einem schönen Streich ensemble. Können wir uns neue Rollen-Karaoke machen, wenn ihr Lust habt? Sie sind in den Schauen озdrug, Sie sind Egel um mich stieg, sei zu meinen Leuten, sei zu meinen Frieden, sei zu meinen Zeitgelein, sei zu meinen Liechten, genau, zu meinen Freude. ZEBEN ZEBEN Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung 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 des ZDF, 2020 Du, 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 du Du, 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 du ein bisschen mehr, jeder zu Hause, aber es war doch relativ kurzfristig. Man kann ja im Moment auch nicht langfristig planen. Man weiß ja nie, wie die Beschränkungen nächste Woche sind. Hoffen wir, dass wir nächste Woche noch mal singen dürfen. Abendsegen mit dem schönen Streichensemble, wenn ich es finde. Ich wollte eine Topazierung, aber das gibt es dann nicht. Abendsegen mit dem schönen Streich. Abendsegen mit dem schönen Streich. Agenten mit dem schönen Streich. skysc-hIST. indr. Musik 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 Musik